Willkommen, ich habe heute wieder ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie und zwar eine gleichschenklige Ecke namens 24920 von Willi Schillig in einem Top Long Life Leder Z7321 Stone, also steinfarbig. Nun, was ist zu sagen über die Garnitur? Sie haben hier einen mittelsoften, mittelfesten Sitzkomfort, mit Federkern im Sitz würde ich sagen, ja, Sie haben ein ganz tolles weiches Leder, Sie haben eine leichte Garnitur, die unten komplett offen ist und sehr leicht und schwebend aussieht, kubische Grundform. Sie können auf beiden Seiten wunderbar liegen und natürlich auch in der Ecke. Jetzt habe ich meine Turnqualitäten gezeigt. Sie haben Willi Schillig Qualität, das Modell wird exklusiv für den VME Verband gefertigt. Für diese Ecke würden Sie wahrscheinlich so um die 4000 Euro bezahlen, bei uns die Hälfte ungefähr. Wenn Sie also was Kleines, Schickes wollen, gut sitzen und pflegeleichtes Leder, nicht so viel Platz haben, 2,30 Meter auf beiden Seiten, dann ist diese Garnitur ein echtes Superschnäppchen für Sie. Schnappen Sie zu! Dankeschön! Hier Lutz Reinhard, profischnapp.de, da wo der Profi schnappt.